Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Rechnung. Ja, ich bin jetzt Baba. Und als ich starten wollte, ja, ich kam rein für den Charakter, ähm, in Charaktermilch, komm mal ein. Und dann kam dieser Sound, als würde ein neues Gebiet betreten worden sein, durch eine Quest. So, dü-düm. Und dann kam noch mal, dü-düm, 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 und alles gefriest. Und ich so, WTF, Rechnung, was ist wieder los? Dann musste das Game natürlich richtig hart schliessen und wieder neu starten. Naja, aber jetzt geht's wieder. Ja, der rote Baba möchte gerne ein Zweihornschwert, aber, ähm, fragt sich gerade, wo sind die Schwerte? Es gibt überall hier Schmiede, aber wo gibt's die Schwerter? Ja, das ist wahrscheinlich ein, ähm, Ritter, Rüstungshändler. Hm, der Herold. Da ist ein Waffenschmied. Gib mir mal etwas grosses. Pssst. Was sag ich mit dem? Das will ich nicht. Ich will was Fettes. Etwas, was schneidet, nicht sticht. Da ist noch einer. Das ist ein Zauberer, das sind Wächter. Ich bin verloren in dieser Stadt. Ich werde immer verloren sein. Jetzt frag ich mich wirklich. Wo hat's hier nen Schwerthändler? Ein Schmied hat's hier. Ist die immer da? Hab ich gar nicht gewusst, dass der eine Begleiterin hat. Oh. Schilder. Ja, einfach Rüstungen, aber wie der Ritter. Hey, Ritter hat überall. Und ich hab keine. Ich werde einfach mal rebellieren vor dem König. Irgendwo hier oben ist noch einer. Da oben. Der Schneider für Baba? Nee. Ich glaub nicht. Nö. Ich bin da sowas von. Da ist der Rittertrainer. Da oben muss doch noch einer sein. Oder da unten. Auf jeden Fall. Da ist wieder ein Schneider. Okay. Schneider, hast du irgendwas für Baba an? Ich hoff's jedenfalls. Ja, aber nur Schrott. Soll ich die 11 Rüsse kaufen? Ist ja schlimm. Ja, ja. 4, 3, 8. Also das. 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 Was? Was? Wieso macht ihr Wartearbeiten um 12 Uhr? Verzieht euch. Oh, die haben spanische oder argentinische Zeit. Ist mir egal. Ich geh jetzt nicht raus. Verpisst euch. Verbieselt euch. Da der Perol 100 Pro. Muss ich jetzt auch raus? Ich darf nicht raus. Ich darf nicht raus. Ich darf es nicht. Nein. Mano. Die haben einfach keine 2 und Schwerder. Okay. Schade. Bis später. Ja. Bis heute Abend. Pff. Tschüss. Schade. Das wird wieder 5, 6 Stunden gehen, weil die so langsam sind. Aber pff. Okay. Moin. Ja. Ich bin wieder zurück. Der. Äh. Die Wartungsarbeiten sind vorüber. Und ich bin jetzt gerade wieder beim Schützen. Aber ich habe gemerkt, ich bin hier ein bisschen falsch. Sehr falsch. Ich hoffe, ich komme noch lebendig zurück. Sonst kann ich gleich mal wieder zum Web, also zum Bind gehen. Also mal schauen. Hm. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch gerade keinen Bock auf den Barbar. Weil ich bin ein bisschen demotiviert. Sozusagen. Weil ähm. Ich werde niemals Chance haben mit dem Barbar. Weil alle mich schon töten, bevor sie hinkommen. Bevor ich hinkomme. Und ähm. Sorry. Ja. Das ist ein bisschen blöde, hm. Ich will jetzt einfach kurz zurück und ein bisschen leveln oder so. Weil wahrscheinlich nichts los ist. Hier kann ich gut leveln. Ich will hier leveln. Ich level hier. Hahaha. Ja. Es ist sowieso nichts los am Morgen. Okay. Es ist... Eine Uhr. Es ist nicht morgen. Wissen Spielen. Ein bisschen Slowen, hä? Ah, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Wie tut es so leaaat. Es ist eine blöde Wartungsarbeit. Jetzt bin ich hier... Mindestens aber motiviert hier ein bisschen den... Oh. Diesen Clown weiterzumachen da. Na, Schützen. Was ist denn los? Ähm. Der geht in mich rein. Ich kann ihn nicht mehr angreifen. Toll, weisst du. Okay. Ich höre auf. Ich greife nur noch schwarzer Pitten an. Hier ist niemand, gell? Ich schlafe, liebe. Tja. Wenn die Gegner in einen reingehen, kann man ja nicht gut angreifen. Hab es verstanden. What? Wieso verschwindet das? Das ist ein Meisterpfeil. 43, ja. Soll ich dort bleiben, hä? Was ist der 47? Pff. Brauche ich nicht. Okay. Ziemlich gleich gehalten. Aber bitte komplett. Ja, ja. Gestern die ganze Zeit Power of Exa gespielt. Deshalb keine Zeit gehabt. Aber ja. Jetzt ist es besser. Das war am Morgen richtig böse. Hä. So richtig. Wie sagt man dem? Ja, vor allem. Sehr nervig. Wegen der Dermütigkeit und der Muskelkater und alles. Der Nicole. Oh. Hallo Nicole. Oh cool. Cool. Der Seiden. Der Seiden. Seiden. Jetzt kommen langsam die Leute doch. Ich dachte schon es wäre nichts los. Hm. Es ist ein bisschen schade, dass der Clan schon wieder ein bisschen zerfällt. Ich denke alle tun jetzt Nalzius wahrscheinlich noch ein bisschen craften. Der Patch wird wahrscheinlich nie rauskommen. Ich habe keine Chance gegen ihn, aber ich werde ihn nicht so angreifen. Ich will ihn irgendwie nicht angreifen. Es sind ja sowieso Jäger, die die ganze Zeit nach Spielen suchen. Wow. Ah, es ist nervig. Aber zum Glück bin ich jetzt befreit. Seht ihr? Ich bin wahrscheinlich schneller zuhause als ich eigentlich wollte. Es sind jetzt alles wieder Jäger wahrscheinlich unterwegs. Muss ich schon fast hier hoch. Naja. Aber wenn der mich angreifen will, wenn ich HFK, also wenn ich gerade am Ausruhen bin und ja, so richtig keine Chance haben will. Der hat direkt einen kritischen Treffer gemacht. Aber der verschickte Pfeil ist wahrscheinlich halt auch ein bisschen blöd. Wenn ich ein bisschen in Entfernung will, sollte ich nicht dann, wenn der versteckte Pfeil wirkt. Aber ich hätte direkt angreifen können, aber habe einen falschen Skill eingesetzt. Ja. Ich fühle mich so schlecht. Ich muss unbedingt wieder Skill haben. Das ist sicher ein Zwing hundertprozentig. Niemand macht einen Jäger sofort am Anfang, auch wenn er gut zum Leveln ist. Später mal. Am Anfang ist er einfach nicht gut zum Leveln, habe ich das Gefühl. Die Pads können nichts. Erst später können die Pads genug. Aber verbrauchen viel zu viele Skillpunkte. Ich mag Jäger überhaupt nicht. Ihr wisst wahrscheinlich auch warum. Okay, hier hat es leichte. Ich gebe wahrscheinlich die leichten an. Bei die Aether, die nicht viel Leben sind. Ich brauche um den irgendwas mit besseren Schaden. Das ist ja Wahnsinn. Wie schlecht das ist. Ich fühle mich so richtig... ...schlecht. Ja, machen wir eine Level-Skillung und lassen uns einfach immer wieder töten. Bei den Jäger. Ja, sowieso nichts mehr. Ein Flättchen noch angreifen. Die sind so hässlich dabei, sind sie so süss im Relief. Lawine. Ein bisschen lauter wieder machen, ne? Boah. Dann hört das an der Zeugs nicht. Ah, NGD Studios macht doch endlich mal irgendwie ein bisschen Optionen, ey. So langweilig langsam. Was soll ich mit diesen drei Loot-Sachen, hä? Das ist eine Frechheit. Das toleriere ich nicht. Aufheben der Baba ist super zum Farmen. Ich sollte ihn eigentlich so schnell wie möglich hochbringen. Aber wenn ich so wenig Zeit habe, das ist dann auch richtig nervend. Ich bin so oft jetzt am Trainieren. Ich habe so wenig Zeit. Ich müsste den ganzen Live-Stream eigentlich immer wieder pausieren, um trainieren zu können. Aber ich mache es dann halt um ein Uhr morgens, zwei Uhr morgens und dann bin ich Kauer morgen. Und dann kann ich nicht aufnehmen, dann kann ich nicht hochladen, dann muss ich wieder laufen. Ja. Frechheit, hä? Eine absolute Freche. Ich fühle mich so nutzlos. Ein qualvolles Spiel. Ich dachte, mein Vater hat die Heizung angemacht. Ich dachte, ein bisschen Hitze hier drin, aber das ist arschgeil. Das geht so gut. Alle Skis brauchen so mega lang. Wir kommen ja nichts zeigen. Überhaupt nichts. Genau. Stirb endlich. Hallo, triff Nicht grüten Ja, ja Ja, pfff Ey, was ist denn los? Ich treff ja nichts mehr Frechheit Große Grupo So ein Kack Oh Hab nicht geschaut Nun gut Schnelligkeit müssen wir mal wieder nehmen Ah, gosh Wie heißt das? Durch Schnelligkeit Irgendwo Das war das Nein, nicht Das war das Ach, komm Hm Die verkaufen für 8 Euro ein Pad Das man nicht mal Automatisch rausnehmen kann Das einfach nur stinkt Das einem noch mehr Skills einsetzen lassen muss Also eben diesen rausnehmen Dann die Buffs Da hat man keine Chance gegen Leute, die unerwartet angreifen Jäger sind einfach nur Feiglinge Schmarotzer Noobs Pimmelträger Nein, keine Pimmelträger 14 Schlimme, schlimme Nudeln Was ist jetzt eigentlich los? Alles ein Null Ja Alles ein Null Ja, okay Aber was macht die jetzt? Euch gegenseitig angreifen Inversion machen Ich weiß Ich weiß, die sind alle jetzt unten in den In Herb Und Lassen uns einfach mal Sterben Okay, ich war ja auch ein Eckenreich Aber pfff Ich wollte ja dort Invasion haben Aber das war ja so ein Fail Letztes Mal Wenn diese Leute von Isos nicht Es hinkriegen Dann weiß ich ja auch nicht Es kriegen es ja auch hin Aber Sehr selten Sie sind eigentlich immer in der Unterzahl Außer eben dann, wenn sie Online sind Und die Gegner in der Unterzahl Dann haben sie die ganze Zeit Invasion Aber alles ist wahrscheinlich das Der primalste Reich Das ich Beitreten konnte In Ra Ich hätte lieber Ich wäre lieber den Syrten Beigetreten Aber ich mag die Syrten nicht so Die Syrten sind halt noch schlimmer In Im Partyplay Sie sind Ja Gierig sozusagen Eben auch mit den Jägern sind sie Gierig Jaja Man hat es nicht leicht Als Regnumsspieler Vor allem als Adsplayer Da Hat man solche Ah da ist er Ich wollte zum Beschwerer Trainer schon gehen Also eben Wenn jetzt nichts los ist Wenn ich sowieso keine Gegner besiegen kann Dann Dann tue ich lieber Hier Leveln Der ist auch wieder hier Der war ja Gestern Die ganze Zeit Bei mir Wieso kann ich nicht Ah jetzt Äh Archimedes Was Irgendwas mit Archimedes Ich kann ihn einfach nicht Anvisieren Weil er wahrscheinlich Hier drin gepackt hat Den Teil Keine Ahnung So Also haben wir das Haben wir Ja geschultes Auge Werde ich mal machen Frau Sicht Kann ich Muss ich ja jetzt nicht Ich mache voll auf Irgendwelchen Damage Mal Leichtigkeit Ist das Okay Ähm für Finstere und Konzentration Ist nicht so gut Das heißt wahrscheinlich Irgendwas anders Hab ich das Gefühl Manöver Soll ich Schädel Durchbohrung nehmen Ähm Da muss ich Gar nichts nehmen Nehme ich lieber Hier noch Das ganze Fahren wir hier Schlangenbiss Das Ich nehme Den hier Aber nicht zum Ding angreifen Sondern zum Jäger angreifen Da Mache ich Jetzt mal Ganz viel Beweglichkeit Ich hau dann Sofort ab Und Jetzt muss ich Noch Ausweich Chance Ja Sonst gibt es Keines mehr Wieso sind die Immer so Minimal In der Dauer Das ganze Spiel Hängt so Ein bisschen Kaputt Auf jeden Fall Mach ich damit Richtig Schaden Hä Hähm Hähm Da habe ich schon Äh es ist ein anderes Ja Sind die zwei gleichen Vögel So 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 Ich stehe mal ein bisschen Weiter weg So Habe ich nicht noch Einen Angriff Und runter Hm Ja ist gut so Ja ist gut so Ich wollte es auch Eins Weg haben So Viele Goldmünzen Für diesen Stein Den ich Aufgenommen Hab Nicht schlecht Hm Sonst Sonst ist nichts los Ein Ein Vorrat Ist seit 17 Minuten Ist ein Vorrat Eingenommen Wurden Man Ich will nicht Dass das Spiel Kaputt geht Ich will das Spiel Besser machen Ich will das am liebsten Selber Entwickeln Mit einem guten Editor Könnte ich es auch Machen Aber ohne gute Editoren Alles mit Riesen Scripts Ne Ich bin kein Skriptor Ich will nicht Skriptor sein Das ist zu böse Mit einem guten Editor Der alles machen Wird Das werde ich auch Mal Dann einem Menükle Studio Sagen Dass die einen guten Editor Machen Ja CryEngine 4 Da gibt es Glaub ich Einen guten Editor So wie ich Sehe Aber der Soll natürlich Noch besser Sein Nicht die Grafik Besser Sein Sondern Der Editor Soll Besser Sein Ja Ich will Sowieso Ein Minecraft Spiel Machen Mit Rollenspiel Wie Hier Mit R4R Mit NPCs R4R Also sie NPCs Das R4R Machen Und die Spiele Dann auf Serben Mitmachen Können Hier Macht ja Kein Einziger NPC An R4R Die Hocken Irgendwo In Forz Und Ja Greifen Nur die Spiele Ringsum An Aber Fertig Nix Also Ne Schade Also ich Möchte Gerne Feigen Blick Vorne Haben Das Hier So Ja Ja Also Als erstes Würde ich Wahrscheinlich Die Dauer Der Stunts Runtersetzen Und Die Dauer Der Buffs Hochsetzen Aber Dafür Mehr Skills Einsetzen Die Buffs Weg Machen Zum Beispiel Der Blitz Pfeil Dass der Noch Den Ding Einsetzt Den Debuff Ah Ich weiss Was ich Noch Nicht Habe Wieso Hab Ich Jetzt Ah Doch Ich Hab Es 6 Gut Geht Doch Viel Besser Einfach Mal Fast 400 Schaden Machen Prima Das Ist Gut Hör Hau Mal Eins Fett Nein Treffen Muss ich Den Auch Noch Einsetzen Dann Hab Ich Keine Mahne mehr Dann Hab Ich Jetzt Überhaupt Diesen Skill Angesetzt Ähm Falken Blick Habe Wieso Falken Blick Also Die Sehen Wunderbar Aber Die Haben Keine Erhöhte Angriffs Geschwindigkeit Oder Die Sind Ja Ähm Assessinen Sozusagen In einem Rollenspiel Jetzt Zeig Mir Mal Den Schaden Was Nur 120 Waffen Schaden Kann Ich Ja Gleich Wieder Aus Nehmen Heftigst Fühlt Man Sich Ein Bisschen Verarscht Er Durch Trinkt Die Rüstung Um Wieviel 100 100 100% Ähm Wenn man Also Ein Ritter Angreifen Will Dann Mit Diesem Skill Aber Gibt Es Ritter Die Andere Spiele Einfach So Killen Es Gibt Nur Ritter Die Fort Kämpfe Machen Hm Seine Fort Killung Ist Wahrscheinlich Defensiver Dass man Rausgehen Kann Gegner Stunnen Kann Oder So Und Dann Wieder Reingehen Kann Und Mehr Stunts Hm Eigentlich Ist Ähm Rechnung Genau Das Spiel Das ich Nicht Spiel Sie Machen Mit Stunts Die Action Weniger Also Müsste Ich Eigentlich Rägen Aufhören Ich Bin Ja Ein Action Rollenspiel Spiele Und Die Machen Die Action Weg Naja Ich Bleib Dran Räge Ich Mich Halt Immer Auf Aber Ist So Oder Das Ist So Los Hopp Vorwärts Vielleicht Vielleicht Den Mal Nicht Einsetzen ihn aussetzen und dann baufen. Mein Falkenblick ist viel stärker als dieser wieder aufladbare Pfeil. Da kannst du wenigstens die ganze Zeit angreifen. Da musst du nicht warten, bis die Skills wieder ready sind. Also wenn man jetzt alles Skills einsetzt, dann hat man ein Problem mit diesem Pfeil. Dann bekommst du immer wieder Schaden. Aber wenn man jetzt Falkenblick einsetzt, dann hat man immer hohe Angriffsgeschwindigkeit und macht das sozusagen ja, erstmal viel besser, viel schneller und du hast die Skills immer noch ready. Also machst du eigentlich mehr Schaden mit Falkenblick, solange auch Falkenblick ready ist. Dann kannst du auch wieder anmachen. aber irgendwie fühlt mich gerade ein bisschen Schwarz. Naja, es ist nur bei diesem Scheißteil. Ich sollte die nicht angreifen. Gib mal ein bisschen Giftriebe. Mit dem Wölkchen. des Wölkchens Wirbelstümmchen. Amor's Pfeil. Das ist Amor's Pfeil. Der hat einen Wirbelwind geschossen mit dem Herz hinter dem. Das ist doch Amor's Pfeil. Wetten. Bekomme ich auch Items. Das wäre nicht so gut. Doch, ist gut. Ich bin... Oh, ein verbundener Fipe-Pfeil. Bogenschutz 49 Fipe-Pfeil und macht keinen Gift-Schaden. Was ist mit dem Pfeil Pfeil los, ey? Voll der Pfeil Voll der Sauber, Mann. Oh nein. Der Part ist leider schon wieder vorüber. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön für's Schauen. Ich hab mal wieder ein bisschen meine Gedanken losgelassen. Ich geh jetzt woanders leveln. Ja, eventuell heute Abend halt woanders leveln. Weil ich jetzt keine Zeit hab, aber... Ah. Dann ist das hart am Arbeiten aus Let's Play und Livestream. Nun gut. Ich bedanke mich. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.